Herzlich willkommen zu einem weiteren TipTel 8010 Video. In diesem Video geht es um die Konfiguration eines Telekom-MSN-Anschlusses. Hierbei werden auch die Call-Routen entsprechend konfiguriert. Zuerst loggen wir uns in das System einfach ein. Dann befinden wir uns einfach im Dashboard des Systems von unserem User, in dem Fall dem Administrations-User CLP. Wir wechseln in den Bereich Routing. Dazu gehen wir hier oben auf Routing. Hier können wir Anschlüsse einrichten, Call-Routen erstellen und vieles mehr. Hier richten wir jetzt den MSN-Anschluss ein. Das heißt, wir gehen hier auf Neues Gateway hinzufügen. Jetzt befinden wir uns im Bereich Neues Gateway hinzufügen. Hier gibt es dann zuerst mal den Punkt Zugangsdaten. Hier müssen wir entweder alles manuell eintragen oder mit einem vordefinierten Profil arbeiten. Das heißt, es gibt folgende Profile, die vordefiniert sind. Das sind, wie man sieht, einige. In dem Fall benötigen wir für den Telekom-MSN-Anschluss hier Deutsche Telekom AG Deutschland LAN IP. Klicken wir drauf und dann werden die SIP-Experten-Einstellungen passend konfiguriert. Jetzt haben wir hier noch den Haken Gateway aktiv. Müssen wir natürlich setzen, damit der Anschluss dann aktiv ist. Dann haben wir hier einen Namen. Dieser Name ist für die spätere Konfiguration bei den Routen zum Beispiel entscheidend. Den können wir wahlweise nennen, wie wir möchten. Ich mache jetzt einfach folgendes hier rein. Anschluss 1. Dann haben wir hier den Punkt Telekom E-Mail. Jetzt wird es wichtig. Bei der Telekom E-Mail kann man entweder folgendes machen. Entweder man nutzt die nomadische Registrierung der Rufnummer. Dann muss man natürlich die passende E-Mail-Adresse angeben oder man nutzt die ganz normale anonyme Registrierung. Dazu geben wir hier einfach anonymous.t-online.de ein. Dann kommt hier noch der Punkt Ihr persönliches Kennwort hier. Das an der Stelle ist wichtig. Bei Anonymous können wir auch hier einfach zum Beispiel 12345678 eingeben. Bei der nomadischen Registrierung müssen wir natürlich das richtige Kennwort angeben. Dann haben wir hier die Anschlussrufnummer. Da muss die gesamte Rufnummer im kanonischen Format rein. Sieht jetzt in dem Fall folgendermaßen aus. Natürlich zensiert. Dann haben wir hier unten, und das ist wirklich wichtig, wie man das Ganze einrichtet. Bei MSN-Anschlüssen, wie gesagt, ein bisschen anders als bei Durchwahlanschlüssen. Wir haben hier einmal natürlich die internationale Vorwahl. Dann haben wir die Ortsvorwahl. Dann kommt die Kopfnummer. Und jetzt ist entscheidend, dass wir diese einfach hier in dem Falle leer lassen. Wir tragen die gesamte MSN hier hinten im Bereich der Durchwahlnummer ein. Und dann funktioniert der Anschluss auch 1a. Das heißt, wir kopieren uns hier den MSN-Anteil raus, kopieren den hier rein. Und dann sind wir mit der Registrierungskonfiguration schon quasi fertig. Dann gibt es hier unten noch den Punkt Amtsholung benutzen. Wird hier der Haken gesetzt, wird die Amtsholung aktiv. Das heißt also, dass man mit einer Amtskennziffer das Amt hier zum Beispiel belegen kann. Wir scrollen kurz runter und geben dann hier die Amtsholung ein. Falls wir das Feature nutzen möchten, an der Stelle geben wir jetzt zum Beispiel einfach mal die 9 ein. Dann scrollen wir nochmal kurz nach oben und gehen hier oben in den Bereich Limitierungen. Im Bereich Limitierungen können wir noch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel die maximale Anzahl gleichzeitiger Telefonate. Bei dem Anschluss, den ich jetzt hier habe, sind da zwei maximal möglich. Das heißt, das können wir hier eingeben. Dann gibt es noch den Punkt Blacklist, Whitelist eingehend. Wenn man eine erstellt hat, kann man die hier auswählen. Dasselbe natürlich auch ausgehend. Damit sind wir mit der Konfiguration von dem Anschluss quasi schon fast fertig. Wir gehen hier noch auf Speichern und damit wird die Registrierung der Rufnummer durchgeführt. Nach kurzer Zeit ist dann hier die Rufnummer registriert. Um jetzt aber über diesen Anschluss telefonieren zu können, sind natürlich noch mehr Schritte erforderlich. Und zwar muss das Routing angepasst werden. Das heißt, wir gehen hier links in den Bereich Routing ausgehend zuerst mal. Im Bereich Routing ausgehend können wir jetzt verschiedene Sachen konfigurieren. Wir erstellen jetzt hier eine neue Callroute, zum Beispiel für den Nutzer, sagen wir mal, 23. Man kann das Ganze natürlich für Gruppen machen oder, wie hier, systemweit einstellen. Dann können wir hier das Muster eingeben. Man kann hier wirklich sehr viel einstellen, was die Callrouten angeht. Gerade wenn es darum geht, verschiedene Anschlüsse, zum Beispiel mit unterschiedlichen Tarifen, zu belegen. An der Stelle machen wir das jetzt ganz einfach. Einfach mit der Amtskennziffer und einem Stern. Und damit ist quasi der gesamte Anschluss sofort über diese Amtskennziffer nutzbar. Wir gehen hier auf Speichern. Und damit ist dieser Eintrag aktiv. Jetzt ist natürlich wichtig, dass der positioniert wird, weil das Routing wird natürlich von oben nach unten abgearbeitet. Das heißt, das müsste man hier so verschieben, damit das Ganze nutzbar ist, weil dieser Eintrag für alle Teilnehmer gilt und dann vorher greifen würde. Wir gehen hier noch auf Speichern und damit ist die Konfiguration schon abgeschlossen für das ausgehende Routing. Danach gehen wir noch links in den Bereich Routing eingehend. Das heißt, wir klicken hier nochmal drauf und können dann das eingehende Routing erstellen. An der Stelle machen wir uns das Ganze jetzt mal recht einfach. Wir löschen hier oben den ersten Eintrag raus, haben damit noch diesen Eintrag aktiv, Stern in dem Fall natürlich für alles, was reinkommt, und wählen dann hier zum Beispiel die DECT-Gruppe aus. Als Beispiel speichern das Ganze und damit werden alle Anrufe, egal über welchen Anschluss die jetzt reinkommen, auf diese Gruppe abgeworfen. Das Ganze kann man natürlich individuell anpassen, je nachdem, wie man das Ganze benötigt. Damit sind wir schon so gut wie fertig mit dem Video. An der Stelle empfiehlt es sich natürlich, nochmal ein Backup anzulegen. Dazu gehen wir oben auf System und gehen dann links in den Bereich Backup Restore. Hier können wir dann mit Neues Backup erstellen ein neues Backup erstellen. In dem Fall zum Beispiel mit dem Kommentar Anschlusskonfiguration versehen und dann auf Speichern, um das Ganze Backup zu erstellen. Das Backup können wir dann natürlich auch wieder runterladen. Dazu gehen wir hier links auf den Bereich Download und damit haben wir das Ganze dann auch lokal auf unserem PC abgelegt. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. An der Stelle empfehle ich auch nochmal in die Beschreibung des Videos zu schauen. Hier sind immer wieder neue Inhalte dann auch verfügbar oder Updates. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.